Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man seine Tony-Box öffnen und somit auch richtig auseinanderbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Die Garantie meiner Tony-Box ist letztens abgelaufen, weswegen ich diese auch mal mit gutem Gewissen öffnen kann. Und hierfür befindet sich auf der Unterseite ein Verschluss, dem man normalerweise ca. eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen muss und dann sollte dieser auch schon aufgehen. Das Problem hierbei ist nur, man kann mit den Fingern hier wirklich sehr schlecht anpacken und eine Zange möchte man natürlich auch ungern verwenden. Aber hierfür gibt es einen kleinen Trick und zwar befindet sich hier ein rutschfester Gummi, weswegen ich jetzt mal meine Tony-Box zum Beispiel auf Laminat oder hier auf meinen Büroschreibtisch stellen kann. Und dann gebe ich mal ordentlich Druck von oben drauf und schaue, dass ich die Box jetzt gegen den Uhrzeigersinn löse. Man hat es an dem Klicken auch schon gehört, der Verschluss sollte offen sein und wenn ich sie jetzt umdrehe, können wir auch sehen, dass wir diese auch schon richtig geöffnet haben. Zum Verschließen gehen wir eigentlich wieder relativ ähnlich vor. Wir schauen mal, dass wir unseren Verschluss in die Tony-Box hineingeben. Hierbei muss man nur darauf achten, dass sich hier zwei solche kleinen Nasen befinden. Die gebe ich also mal richtig rum rein. Das schaut bei mir auch schon gut aus. Stelle das Ganze wieder auf meinen Schreibtisch und dann einfach mal wieder eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn mit etwas Druck nach unten drehen. Und mein Verschluss ist auch schon wieder ordentlich fest. Und somit haben wir unsere Tony-Box auch schon richtig auseinander und natürlich wieder zusammengebaut. Wenn du dir für zu Hause eine neue Tony-Box, Kopfhörer, eine personalisierte Schutzfolie oder natürlich auch weitere Tonys zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.